Endlich ist es wieder soweit. Ich habe ein kleines Rätsel für euch erdacht. Sagt man das so? Bestimmt. Als Basis werdet ihr die Originaldatei brauchen, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach öffnen oder rechtsklick dann runterladen und dann losrätseln. Sicher tun sich wieder ein paar Leute im Discord zusammen, um das Ganze zu knacken. Das ist immer sehr spannend zuzusehen. Der Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Vielleicht schaffst du es aber auch ganz allein. Ich wünsche dir auf jeden Fall oder euch viel Erfolg und Spaß beim Knacken dieses kleinen Rätsels. Explosion.